Und wunderschönen guten Morgen meine Abonnenten und meine Thai-Fans und meine Nicht-Abonnenten. Ja, ich habe heute ein bisschen wieder gearbeitet. Ich habe noch sieben Haufen Erde von viereinhalb Kubikmeter und die werde ich jetzt auch laufend Zeit verarbeiten. Ja, morgen bekomme ich zwei Helfer für den Zaun. Das ist ein Maschendrahtzaun. Wird gezogen, 20 Meter. Und das ist eine er und eine sie kommen morgen. Die haben bei Nachbarn heute die Bäume gekürzt. Und sie kriegt 350, er kriegt 450. Ja, meine Wand, die ist auch fast fertig. Da muss ich noch drei Schichten mauern und den Beton füllen. Ja, dann wird der Zaun weitergemacht, wo das schon gemauert ist. Und die Tür wird dann gemacht. Dann heißt das, Ende des Jahres ist dann fertig. Und dann unter dem Carport muss ich auch was machen, damit die Vögel nicht immer auf mein Auto scheißen. Ja, das nervt anmeldig. Da wird die Decke dann abhängen lassen, dass das geschlossen ist. Ja, nach und nach wird gemacht. Und dann wird auch vorne bei dem Gerstehaus die Platter gegossen. Das sind vier Kubikmeter, was da reingeht. Das ist ein Mischer. Und dann vorne bei der Auffahrt auch. Dann ist das Ende des Jahres eigentlich alles durch. Wie schön. Dann kann ich mich endlich mal hinsetzen. Ja, Arbeit wird immer noch ein bisschen gesucht. Denn dann werde ich vielleicht noch mal eine kleine Hütte bauen aus Metallgestell. Und das werde ich in einem Video zeigen, wie das geht. Und ja, das ist das Einfache. Denn und so, das wird ein Raum für alles so, dass man da sitzen kann, weil das ein bisschen mehr Glas ist. Und das könnt ihr mal sehen, wenn ich das noch lebe, um es mal so zu sagen. Aber das wird immer nach und nach in der Ruhe gemacht jetzt. Wenn die Wand fertig ist, werde ich ein paar Tage erstmal ausruhen. Und wenn meine Frau Ferien hat, dann wollen wir auch ein bisschen wegfahren. Ja, nicht immer nur hier sitzen. Ja, dann kriegen wir Besuch aus Hua Hin. Und wir fahren da auch dahin. Wir werden mal ein paar Videos machen, so mit der Drohne an Wasser. Und dann wird ihr sehen, was da noch kommt. Und ja, heute ist das ein bisschen sehr heiß. Zwischen 37, 38 Grad, Luftfeuchtigkeit 50. Regen sollte ja gestern kommen ein bisschen, aber ist nicht gekommen. Ich hoffe, dass es am Wochenende kommt. Sieht so danach aus, so ein bisschen diesig. Aber sonst ist das gut. Und ja, ich muss, weiß ich, ich soll ein bisschen zurücklegen mit der Arbeit. Ja, das mache ich auch. Ich arbeite immer nur so zwei, drei Tage. Und ein Tag ist Ruhe für mich. Und dann wieder so ein paar Stunden. Und dann wieder ein bisschen mehr. Aber ich schaffe genauso viel wie vier Leute mit der Wand. Die habe ich in vier Tagen fast hochgemauert, mit Beton gefüllt. Ja. Ich mauer immer jeden Tag so drei Schichten. Und morgen komme ich hier nicht dazu vielleicht mit drei Schichten. Da langt das auch zwei. Und ich hoffe, das wird auch gut. Ja, meine Leute, das war ein kurzes Video. Ich bedanke mich an meine Zuschauer. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Es kostet nichts. Ich will auch nichts haben an Geschenke. Und ich freue mich nur, wenn ich mehr Abonnenten habe. Wer es weiß, das Geld geht zu spenden. Nicht so wie die anderen. Ich brauche das nicht zum Leben. Ich habe auch eine gute Rente, wie Sie es mir schon gesagt haben. Aber das sage ich jetzt zum letzten Mal. Je mehr Abonnenten ich habe, je mehr haben die Kinder was davon. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und noch einen schönen guten Sonntag. Ciao, euer Sigi aus Thailand.